Morgen. Aber was heißt morgen? Es ist eigentlich fünf vor zwölf. Es läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich dachte vor einem Jahr, ich werde YouTube-Star, eine Million Abos, Werbevertrag, bling bling auf dem Konto, muss nicht mehr im Haushalt putzen, kann mir eine Putzkraft leisten, eine spanische Nanny für die Kinder. Alles. Ich dachte, mein Leben dreht sich um 180 Grad. Aber jetzt ist alles beim Alten. In ein paar Tagen werde ich ein Jahr älter und nichts hat sich verändert. Außer, dass ich ein Jahr älter geworden bin. Meine Frau arbeitet immer noch und ist die Hauptverdienerin von uns. Was ein bisschen peinlich ist, wenn ich mich mit meinen Freunden treffe und die mir von ihren beruflichen Erfolgen erzählen. Wieder ein Auto verkauft. Wieder einen Fall erfolgreich gewonnen. Wieder erfolgreich am offenen Herzen operiert. Und mir bleibt dann nur zu sagen, wieder erfolgreich die Spülmaschine angemacht. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Das ist nicht... Ich lebe nicht meinen Traum gerade. Die Große ist im Kindergarten und die Kleine, die wird auch immer größer. Und sie schläft nicht mehr in der Früh. Früher habe ich meine Morgens machen können, weil sie dann schon um neun müde war. Aber jetzt ist sie halt erst um elf oder halb zwölf müde. Und wenn ich sie dann ins Bett gelegt habe, ja bin ich selber müde und lege mich auch ins Bett. Der einzige Trost ist eigentlich die EC-Karte von meiner Frau. Wenn ich die in der Tasche habe, dann fühle ich mich wertvoll. Dann fühle ich mich manchmal wieder wie ein Mann, wenn ich im Supermarkt Essen für die Familie besorge. Peinlich wird es dann, wenn ich an der Kasse ihre PIN-Nummer vergesse. Und die Kassiererin dann die Karte rausholt und den Namen auf der Karte liest und mich anschaut, noch mal auf die Karte schaut, noch mal mich anschaut und dann so meint, kommen sie Sabine, das schaffen sie schon. Die Leute in der Schlange schauen mich auch an und nicken mir zu so, Tschakka Sabine, wir glauben auch an dich. Und ich beginne dann auch an mich zu glauben in dem Moment. Und tipp die Zahlen ein und wieder falsch und tipps noch mal und wieder falsch und dann muss ich den Einkauf zurückgehen lassen. Ich meine, all das habe ich mir vor einem Jahr halt auch nicht vorstellen können. Aber so ist das Leben. Voller Retouren.